Herr Fürstner, weshalb hat die Ankündigung der Deutschen Post schon bald mit eigenen Gratiszeitschriften auf den Markt zu kommen, in der Verlagsbranche und auch auf der Verbandsseite zu heftigem Widerspruch hervorgerufen? Nun, es gibt zwei Gründe. Der eine ist, dass wir uns schlicht nicht vorstellen können, dass die Post in den angestammten Märkten der Zeitschriftenverleger räubert, indem sie Gratiszeitschriften auf den Markt bringt, sich billige Redaktionen einkauft, an den Werbekuchen, mit dem Inhalte bezahlt werden müssen, heran möchte und dann ihr faktisches Zustellmonopol für 35 Millionen Haushalte dazu missbraucht, um diese Produkte kostenlos in die Haushalte zu bringen. Dieses ist ein massiver Wettbewerbsverstoß gegen die Verleger und wir können das so nicht hinnehmen, denn das würde in der Konsequenz bedeuten, dass die Verlage, die davon leben, ihre Produkte verkaufen zu müssen, in den Konkurs getrieben würden oder vom Markt verschwinden müssten. Das müssen wir verhindern. Der zweite Punkt ist der, dass die Post ja kein normales Unternehmen ist, sondern über 30 Prozent ihrer Anteile der Bundesrepublik Deutschland gehören. Das heißt, der Staat einen relevanten Anteil an den Aktien der Deutschen Post hat und damit selbstverständlich auch die Möglichkeit hat, Einfluss auf die Geschäftspolitik der Post zu nehmen. Das würde in letzter Konsequenz dazu führen, dass wir keine freie, sondern eine Staatspresse haben. Und das ist ein Unding und auch dieses werden wir zu verhindern suchen. Herr Dr. Fiedler, wie ist der Vorstoß der Deutschen Post aus juristischer Sicht zu bewerten? Unter dem Grundgesetz muss sich die Presse im privatwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Raum frei entfalten können. Staatliche Presse ist damit unvereinbar. Die Post verfügt noch über eine 30-prozentige Staatsbeteiligung und ist damit, soweit sie Printobjekte herausgibt, der staatlichen Sphäre zuzuordnen. Sobald also publizistisch auch nur einigermaßen relevante Magazine von der Post als Verlegerin auf den Markt kommen, handelt es sich um verfassungswidrige Staatspresse. Aber ist es nicht legitim, dass die Deutsche Post ihr Vertriebsnetz für einen Vorstoß auch ins Zeitschriftengeschäft nutzen möchte? Wir haben große Zweifel daran, ob es legal ist. Ob es legitim ist, um einen solchen Unterschied zu machen, darüber wird man reden müssen. Ich glaube, dass es unverantwortlich ist, wenn man einen monopolartigen Zugang zu 35 Millionen Haushalten hat, diesen dann zu nutzen als Vertriebsexperte, wie die Post einer ist, um auch Inhalte selber zu generieren. Und was können das denn für Inhalte sein? Verlage unterhalten riesige Redaktionen, um Qualitätsjournalismus zu betreiben. Und die Post kauft sich diese Inhalte von irgendwem ein, um sie dann mit hohem Werbeaufwand zu vermarkten. Das ist aus unserer Sicht überhaupt nicht legitim. Und legal schon gar nicht. Inwieweit sind davon rechtliche Grundlagen betroffen? Es gibt zwei Angriffspunkte. Zum einen handelt es sich, sobald die Deutsche Post publizistisch relevante Magazine herausbringt, um verfassungswidrige Staatspresse. Zum anderen gibt es kartellrechtliche Bedenken. Die Post benutzt ein aus ihrer Zeit als Staatsmonopol geerbtes und in das teilprivatisierte Unternehmen fortwirkendes einzigartiges Zustellnetz, um der freien Presse Konkurrenz zu machen. Die Beeinträchtigungen, die hier auf den Lesermärkten beispielsweise der Computerzeitschriften entstehen werden, sind insofern relevant und können dazu führen, dass die Post unter Ausnutzung des Zustellsystems gegen das kartellrechtliche Behinderungsverbot verstößt. Aus der Branche heraus, Herr Dr. Fiedler, gab es Stimmen, die darauf verwiesen, dass die Deutsche Post mit Einkauf aktuell bereits ja alle bundesdeutschen Haushalte mit einem zeitschriftenähnlichen kostenlosen Produkt beliefere. Wo ist denn da der Unterschied? Einkauf aktuell hat bereits einen Relaunch hinter sich und ist jetzt in der neuen Gestalt redaktionell relevanter als zuvor. Ganz deutlich, so jedenfalls die bislang bekannt gewordenen Pläne, sollen die Zeitschriften der Post aber auch redaktionell relevanter sein. Und dann wird deutlich, dass es sich um echte publizistische Presseprodukte handelt. Allerdings muss man sagen, auch schon für Einkauf aktuell gilt, dass es einen Verstoß gegen die Staatspresse darstellt. Allein bei der kartellrechtlichen Frage könnten die Computerzeitschriften noch eher rechtswidrig sein. Dennoch gibt es einzelne Verlage, die bereits in einzelnen Arbeitsfeldern und Themenfeldern mit der Deutschen Post zusammenarbeiten. Ist das nicht ein Widerspruch? Wir müssen sehr deutlich trennen zwischen den Gesprächen und Verhandlungen zwischen Verlagen und der Post, die alle auf das eine Ziel gerichtet sind, nämlich das Netz der Post, das Vertriebsnetz zu nutzen für ihre eigenen Produkte. Es gibt keinen Verlag, mir ist keiner bekannt, der der Post die Hand reicht für posteigene publizistische Produkte. Im Gegenteil, hier steht die Front, hier sind alle Verlage entschlossen, sich zu wehren. Und wir werden alles tun, damit die Post dieses auch spürt. Herr Fürsten, an welchen Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Pläne der Post doch noch zu stoppen, sollten Sie sich in dieser Form konkretisieren? Nun, es gibt drei Möglichkeiten der Reaktion. Zum einen natürlich die politische. Wir werden die Bundesregierung darauf aufmerksam machen, wie widersprüchlich das Verhalten der Post ist. Auf der einen Seite ist sie Auftragnehmer der Verlage und auf der anderen Seite drängt sie in den publizistischen Markt. Und wir werden auch die Bundesregierung darauf aufmerksam machen, welchen Schaden das Verhalten für die freie Presse am Ende haben wird. Und ich hoffe, dass diese politischen Argumente ihr Ziel nicht verfehlen werden. Darüber hinaus werden wir natürlich juristisch agieren und alle Möglichkeiten ausschöpfen, um sicherzustellen, dass die Post an diesen Plänen gehindert wird. Und wenn das alles nicht hilft, werden wir auch zu der Überlegung kommen müssen, welche Möglichkeiten wir haben oder entwickeln können, um der Post in ihrem Kerninteresse Wettbewerb zu machen, nämlich ihre Vertriebsnetze auszulasten. Wenn die Post uns in unserem Kerngeschäft auf diese existenzielle Weise Konkurrenz macht, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als sie zu zwingen, durch Marktmaßnahmen davon Abstand zu nehmen. Und eine solche Maßnahme könnte sein, sich mit anderen Partnern zu überlegen, wie man alternative Zustelldienste entwickelt.